Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Forza Horizon 4. Für die heutige Forza Ausgabe habe ich mir etwas Gedanken gemacht in den letzten Tagen über den Reveal Trailer und über das Gameplay, das wir bereits sehen konnten von Need for Speed und habe meine Schlüssel daraus gezogen, die ich euch heute präsentieren möchte, denn ich bin der Meinung, Forza Horizon 4 könnte viele kleine Dinge besser machen, um das Spiel aber dramatisch zu verbessern. Und das soll überhaupt nicht heißen, dass Forza Horizon 4 ansatzweise ein schlechtes Spiel wäre, ganz im Gegenteil. Forza Horizon 4 ist und wird wahrscheinlich auch in seinen Nachfolgetiteln das absolute Nonplusultra bleiben im Bereich der Open World Rennspiele Titel, vor allem auf der Konsole. Doch der Erfolg macht auch faul, zumindest ist das der Eindruck, den man in letzter Zeit immer häufiger bei Playground Games bekommt und ich muss sagen, obwohl das Spiel wirklich mit großem Abstand für mich das wichtigste und beste Rennspiel im Open World Bereich ist und wahrscheinlich auch lange Zeit bleiben wird, ist es trotzdem so, dass ich sagen muss, manchmal bin ich ziemlich enttäuscht, was die Entwickler uns auf den Tisch werfen. Wenn die monatlichen Updates beispielsweise als, ja man könnte sagen, das große Festessen betrachtet werden für die Spieler, dann ist das, was wir auf jeden Fall in den letzten Monaten bekommen haben, eher ein Aufkochen der Suppe vom Vortag. Denn leider versucht man uns immer wieder in letzter Zeit alte Funktionen aus Vorgängerteilen oder auch alte Fahrzeuge aus den Vorgängerteilen immer wieder als neues Highlight für die nächste Saison anzukündigen und ich muss ehrlich zugeben, ich finde das leider ziemlich schade. Ein paar Beispiele gefällig? Kein Problem. Beispielsweise gab es schon längst die Funktion in den Vorgängerteilen, doppelte Wheelspin-Fahrzeuge einfach für ihren Credit-Gegenwert wieder zurückzuverkaufen. Leider arbeitet man für Forza Horizon 4 schon seit Monaten an dieser Funktion, um sie wieder zurückzubringen. Ein weiteres gutes Beispiel sind die klassenbasierten Rivalen-Events. Bereits aus den Vorgängertiteln war diese Veranstaltungsoption bekannt und ziemlich beliebt bei der Community. Doch bei Playground Games brauchte es ziemlich genau ein Dreivierteljahr, bis sie sich haben dazu überreden lassen, diese Veranstaltungsoption nun endlich wieder zurückzubringen. Ein weiteres gutes Beispiel sind die Bremssättellackierungen, die wir seit Update... die wir gar nicht im Spiel haben, weil Playground Games nämlich erkannt hat, dass das Ganze eine Riesenmenge Arbeit bedeutet, aber kein Geld bringen wird und deswegen hat man sich dazu entschieden, diese Arbeit erst gar nicht anzufangen. Und noch einmal, das soll überhaupt nicht heißen, dass Forza Horizon 4 ein schlechterer Titel wäre oder dass Playground Games irgendwie keine gute Arbeit machen. Ganz im Gegenteil, die Dinge, die verbessert werden, sind wirklich im Spiel verbessert worden. Aber es zeigt eben auch, dass die Community eben nicht den hohen Stellenwert einnimmt, wie es eben bei anderen Spielen der Fall ist. Und deshalb kommen wir nun zu den fünf Punkten, bei denen ich der Meinung bin, dass Playground Games eine ganze Menge von EA und Ghost Games von Need for Speed Heat lernen kann. Da hätten wir zum einen die Auswahl der Fahrzeuge bzw. die Community-Wünsche seit dem Release des Spiels, denn ich finde Need for Speed Heat war für mich so ein kleiner Schlag ins Gesicht gewesen, als ich gesehen habe, welche Fahrzeuge in der Wagenliste auftauchen und war dann sehr enttäuscht darüber, dass vor allem bei Playground Games doch immer wieder auch gesagt wird, dass Fahrzeuge teilweise schwer zu beschaffen seien bzw. dass man einfach nicht an die Fahrzeuge generell rankommen würde. Doch Need for Speed beweist ja, dass diese Fahrzeuge überhaupt kein Problem sind ins Spiel zu bekommen und hat auch gezeigt, dass es auch möglich ist, diese ganzen Fahrzeuge, die sich die Community wünscht, richtig im Spiel mit Tuning-Optionen umzusetzen. So ist es ja mittlerweile bekannt, dass die Zusammenarbeit zwischen Audi und Playground Games nicht gerade die beste ist, denn, ja, wann haben wir den letzten Audi neu im Spiel gesehen? Zu Forza Motorsport 7 und von Forza Motorsport 7 auf Forza Horizon 4, das sind mittlerweile schon wieder über zwei Jahre, die vergangen sind, sind die Audis sogar wieder weniger geworden. Das bedeutet, einige aktuelle Modelle sind schon wieder aus dem Rahmen gefallen. Dass Audi aber grundsätzlich nichts dagegen hat, seine Fahrzeuge ins Spiel zu bringen und vor allem nichts gegen Tuning hat, das zeigt uns auch wieder Need for Speed Heat, denn hier existiert zum Beispiel der Audi R8 Performance von 2019 und beispielsweise auch der aktuelle Audi S5 Sportback. Doch damit nicht genug, denn die Community wünscht sich zum Beispiel auch von Lamborghini schon sehr lange den Aventador SVJ oder zum Beispiel den Huracan Performante im Spiel. Und auch beide Fahrzeuge finden sich natürlich wieder bei Need for Speed Heat. Und das nicht nur in einer Version, sondern der Huracan Performante sogar noch gleich als Spider obendrauf. Doch mit dem extrem exoten Ferrari FXXK Evo hat Need for Speed meiner Meinung nach den absoluten Vogel abgeschossen, denn dieses Fahrzeug dürfte tatsächlich extrem schwer zu bekommen sein. Doch Ferrari hat anscheinend hier nichts dagegen gehabt, sowohl den 488 Pista als auch den FXXK Evo zur Verfügung zu stellen, denn beide Fahrzeuge findet man im neuen Need for Speed Teil. Und ich glaube hieran erkennt ihr ganz gut, weshalb ich mich so gefühlt habe, als ob ich einen Schlag ins Gesicht bekomme. Wenn ich also die Fahrzeugliste von Need for Speed Heat betrachte und dazu dann ansehe, wie lange schon die Community nach eben diesen Fahrzeugen bei Forza Horizon 4 fragt. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt, bei dem ich tatsächlich der Meinung bin, dass hier Forza Horizon 4 noch eine ganze Menge von Need for Speed lernen kann, denn das Thema Tuning ist natürlich bei Need for Speed ein zentrales Element des Spiels. Und ich bin der Meinung, dass so viel Tuning in Forza Horizon 4 sogar fehl am Platz wäre. Dennoch denke ich, und gerade hier spielt eigentlich die starke Zusammenarbeit zwischen Playground Games und einigen Fahrzeugherstellern eine große Rolle, würden einige Individualisierungsmöglichkeiten, die auch offiziell von den Herstellern angeboten werden, dem Spiel ziemlich gut tun. So gibt es beispielsweise ausgerechnet von unserem Paradebeispiel Audi eine gute Möglichkeit, im Spiel zu erkennen, welchen Wert es bringen würde, wenn einige lizenzierte Tuning-Teile von Herstellern im Spiel wären. Und so gibt es zum Beispiel ausgerechnet beim Audi RS4 Avant die Möglichkeit, den Wagen vom RS4 zum S4 oder auch zum normalen Audi umzubauen mit originalen Audi-Bauteilen. Und versteht mich nicht falsch, ich bin tatsächlich der Meinung, dass zu viel Tuning bei Forza Horizon 4 einfach fehl am Platz ist und die Wurzeln von Forza Horizon einfach nicht verwechselt werden sollten mit denen von Need for Speed. Aber ich bin eben der Meinung, dass gerade die lizenzierten Herstellerteile doch eine ganz andere Individualisierungsmöglichkeit bieten würden. Und das gibt es schließlich von fast jedem Hersteller. Sowohl AMG als auch die MGMBH oder zum Beispiel bei den Audi RS-Modellen gibt es genügend Teile, die der Hersteller von Haus aus schon anbieten könnte. Dabei reicht die Palette von verschiedensten Felgenausführungen des Herstellers bis hin zu speziellen Exclusive-Lines und eben der Möglichkeit, bei einigen Herstellern vielleicht sogar Carbon-Teile anzubringen. Ein gutes Beispiel dafür ist der BMW M2, den wir hier mit M Performance Parts noch ausstatten können. Und das sind schließlich auch vom Hersteller lizenzierte Teile. Und ich denke, der Hersteller, egal von welcher Marke, würde sich darüber freuen, wenn man sich als Spieler noch mehr mit der Marke verbinden könnte, über eigene Tuning-Parts und nicht immer nur Fremdanbieter suchen müsste. Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 3, den Fahrzeug-Sounds. Und obwohl wir vielleicht noch gar nicht wissen, wie die Fahrzeuge in Need for Speed alle klingen und ob überdurchschnittlich gute Sounds verwendet werden oder vielleicht sogar Original-Sounds, um die Fahrzeuge darzustellen, so gibt es doch eine sehr, sehr coole Möglichkeit in Need for Speed, denn es gibt zum Beispiel hier die Option, den Auspuff-Sound manuell anzupassen. Und das bedeutet nicht, dass immer wieder neue Sound-Files verwendet werden müssen, sondern lediglich werden die Parameter der einzelnen Sound-Quellen innerhalb des gesamten Sound-Files ein klein wenig angepasst. Dabei finde ich, bräuchte es gar nicht eine so komplizierte Option in Forza Horizon 4, um die Fahrzeug-Sounds zu verbessern, doch die Grundlage dahinter finde ich eigentlich ziemlich genial. So würde ich mir zumindest wünschen, dass man beim Anbringen verschiedener Tuning-Teile auch automatisch den Sound des Fahrzeugs ein klein wenig ändern würde. So ist es zwar so, wenn man einen Turbo einbaut, dann hört man schließlich auch, wenn man danach rausfährt, dass tatsächlich ein Turbo unter der Motorhaube steckt, aber wenn man diesen beispielsweise upgradet, wird der Turbo-Sound dadurch nicht lauter, was ja eigentlich normalerweise gewünschenswert und auch der Fall wäre. Das gleiche Beispiel kann man nehmen für die Fahrzeug-Sounds, wenn der Auspuff getunt wird. So ändert sich zum Beispiel hier eigentlich nicht hörbar der Sound, wenn man einen Rennauspuff einbaut oder einen Sportauspuff gegenüber dem Standardauspuff. Und das ist doch etwas, was ich mir auf jeden Fall wünschen würde. Ich wünsche mir gar nicht so sehr, dass wir diese ganzen Modifikationen haben wie in Need for Speed, aber einfach, dass das Upgrade bestimmter Tuning-Teile dazu führt, dass man sehr deutlich die Fahrzeug-Sounds unterscheiden kann und vor allem, dass sich die Parameter innerhalb des Fahrzeug-Sounds auch in diese Richtung ändern, in die man getunt hat. Damit kommen wir zum vierten Punkt, den COPS und damit, damit das Ganze nicht falsch verstanden wird, einem Punkt, den ich zumindest in Anlehnung an Need for Speed mir in einer kleinen Verbesserung in Forza Horizon 4 wünschen würde. Das zentrale Element COPS vs. Racer ist und bleibt natürlich ein typisches Need for Speed-Element und das wünsche ich mir auch gar nicht so sehr für Forza Horizon 4, doch zumindest eine Option würde ich mir in Anlehnung an Need for Speed auch in Forza Horizon 4 wünschen. So ist es zum Beispiel nicht einmal möglich, die verschiedenen Blaulichter zu aktivieren beziehungsweise zu deaktivieren über ein einfaches Steuerungsmenü und so ist es zum Beispiel so, dass originale Polizeilichter wie beim Ford Crown Victoria einfach immer ausgeschaltet sind und man als Spieler nicht einmal die Möglichkeit hat, diese manuell einzuschalten. Dabei würde man durch das Hinzufügen dieses einfachen Features die ganze Spielmechaniker überhaupt nicht ändern, aber zumindest würde man den ganzen Polizeifahrzeugen in Forza Horizon 4 einen deutlich größeren Sinn geben, wenn Spieler nicht permanent mit ihrem Blaulicht an durch die Gegend fahren würden. Und damit kommen wir zum letzten Punkt, den ich aufgenommen habe, bei dem ich der Meinung bin, dass Forza Horizon 4 sich noch eine Scheibe abschneiden könnte von Need for Speed Heat. So wird sich im neuen Need for Speed-Teil sehr viel darum drehen, gemeinsam mit seiner Crew online unterwegs zu sein. Die Möglichkeiten bestehen auch dabei, dass man seine eigene Crew in der Garage besuchen kann sozusagen, denn die Autos seiner Crewmitglieder kann man jederzeit betrachten und sieht dabei das Tuning und die verschiedenen Setups seiner Freunde. Das Ganze erinnert stark an die früheren Car-Meetups, die es in Forza Horizon-Teilen schon vor dem vierten Teil gegeben hat. Doch leider sind diese Fahrzeugtreffpunkte ausgestorben, denn die Möglichkeit, sich zusammen mit seinen Freunden an einem bestimmten Ort zu treffen und dort einfach um die Fahrzeuge seiner Freunde herumzuschauen und sich die verschiedenen Designs und Tunings anzusehen, die ist leider ausgestorben. Schade finde ich das in Forza Horizon 4 vor allem deshalb, weil doch vieles in den Forza-Teilen sich dreht um Sehen und Gesehenwerden und das ist doch auch ein zentrales Element des Forza Vista-Modus, da man doch auf die Detailverliebtheit von Forza sehr stolz sein kann. Schade ist das Ganze auch deshalb, weil man sich für die Betrachtung seines eigenen Fahrzeugs dann immer in den Solo-Modus zurückziehen muss und eben nicht die Möglichkeit hat, seine Designs und seine Tuning-Einstellungen mit Freunden einfach zu betrachten oder auch einfach auf gemeinsamen Car-Meetups zu teilen. Nun, das waren meine fünf Punkte, bei denen ich der Meinung bin, dass Forza Horizon 4 noch eine ganze Menge von Need for Speed lernen kann. Natürlich wollen wir die Liste nicht umdrehen, denn das, was Need for Speed von Forza Horizon 4 lernen könnte, das wäre definitiv länger und umfangreicher, aber ich denke, es gibt eben immer noch Punkte, wo auch Forza Horizon 4 sich nicht einfach zurücklehnen kann und deshalb bin ich jetzt mal gespannt auf eure Meinung. Was denkt ihr? Würden diese fünf Punkte das Spiel tatsächlich besser machen oder glaubt ihr, das ein oder andere passt gar nicht in die Welt von Forza Horizon? Schreibt es mir unten in die Kommentare und lasst mich eure Meinung dazu wissen. In jedem Fall bedanke ich mich vielmals bei euch fürs Zusehen und hoffe, das Video hat euch gefallen, weshalb ihr es mit einem Däumchen nach oben bewertet habt und natürlich den Kanal abonniert, um auch zukünftig keine Infos und News mehr zu Forza Horizon 4 zu verpassen. Ich verabschiede mich von euch und wünsche euch noch einen schönen Abend beim Zocken und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao. Untertitelung des ZDF, 2020